so liebe zweiradfreunde und weil es so schön ist gehen wir jetzt geschichtlich noch ein stück zurück und haben hier eine zündab 510 171 dieses modell ist eigentlich der ursprung von der ks möchte ich behaupten baujahr 61 und damit hat dann so einen sportlichen bereich von den mokiks und kleinkrafträdern die sache begonnen bei zündab ist auch sehr schöner erhaltungszustand auch schon mal restauriert aber ganz gut gemacht was man hier genau sehen kann ist natürlich der geschwungene büffeltank sage ich jetzt einfach mal das ist schon ein highlight für sich kommt hier vielleicht nicht ganz so zur geltung war eine lackierung ist natürlich schön wenn diese eckpunkte sage ich einfach vergromt werden dann kommt das besser zur geltung aber dennoch macht das einen ganz netten eindruck ja leute wollt ihr sowas öfter sehen dann abonniert einfach mal einen kanal würde ich mich sehr drüber freuen und dann könnt ihr öfters bei mir eintauchen sage ich einfach mal houdibaudi